Das heutige Horoskop, Waage 26. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Ein großer Schub kommt für Sie. Wenn sich Sonne und Saturn in einem perfekten himmlischen Tanz verbinden, werden Sie die Kraft und Praktikabilität finden, Ihre Ziele und Pläne mit einem Lebensgefährten zu verwirklichen. Nutzen Sie diese Energie, um zu besprechen, woran Sie beide als Team arbeiten möchten, insbesondere im Hinblick auf Ihre Finanzen. Sie konnten sehen, dass die Strategien, die Sie jetzt entwickeln, Sie zu langfristigem Erfolg und Glück führen. Dies kann auch für Sie von Vorteil sein, wenn Sie beide gemeinsam auf neue Fitness-, Ernährungs- oder Gesundheitsziele hinarbeiten möchten. Was willst du? Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass es an der Zeit ist, Ihrem Wunsch nach mehr Macht und Kontrolle in Ihrem Arbeitsleben nachzukommen, wenn die Sonne im Skorpion im Traigen zum rückläufigen Saturn in den Fischen steht. Das wässrige Traigen wird Ihnen Hinweise darauf geben, was Sie möglicherweise ändern möchten, um sich in Ihrem Arbeitsleben selbstbewusster zu fühlen. Möglicherweise sind Sie bereit, am Arbeitsplatz mehr Autorität und Verantwortung zu übernehmen. Dieses Traigen könnte Ihnen dabei helfen, sich sicherer zu fühlen, wenn Sie sich auf die Übernahme einer intensiveren Rolle bei der Arbeit vorbereiten. Den Mond während des ersten vollen Sonnentages in Ihrem Einkommensbereich in Ihrem Arbeitsbereich zu haben, ist heute nur einer der Vorteile. Dies stellt nicht nur sicher, dass Sie emotional engagiert sind und ein intuitives Verständnis für Arbeits- und Jobangelegenheiten haben, sondern verstärkt auch den Einfluss des freundlichen Aspekts der Sonne auf Saturn in Ihrem Arbeitsbereich und des Mondes auf Merkur und Mars auf der Einkommensseite. Die Position der Himmelskörper unterstützt Sie mit der Energie, wirklich für andere zu handeln. Sie genießen das Gefühl, anderen Menschen trotz aller Widrigkeiten zum Erfolg zu verhelfen. Sie müssen jedoch auch auf sich selbst achten, sonst ärgern Sie sich schnell darüber, was andere haben, was Ihnen fehlt. Dies nennt man Leiden. Um Beschwerden zu vermeiden, sollten Sie auf jeden Fall Ihre Ernährung und Bewegung zur Priorität machen. Wenn Sie sich körperlich um sich selbst kümmern, bemerken Sie alle Ihre anderen Bedürfnisse leichter. Die Stunde ist gekommen, in Ihrem Berufsleben deutlich voranzukommen. Seien Sie methodisch und geduldig, aber zögern Sie nicht, Ihre Dynamik und Ihr Engagement zu bewahren. Wenn Sie in Ihrem Familienleben dazu neigen, Ihre Familie und Freunde zu vernachlässigen, wird Ihnen ein Freund helfen, etwas Neues zu beginnen. Darüber hinaus sollten die Vibrationen der Woche den Einstieg in eine Aktivität begünstigen und es Ihnen ermöglichen, vor allem im Privatleben schnell wieder den Stier bei den Hörnern zu packen. Da der Mars die Waage zu Beginn des Monats verlassen hat und Merkur am Wochenende die Sonne verlassen hat und ihr Geburtstagsmonat zu Ende geht, sollte dies das letzte Wort sein, um den Weg nach vorne für dieses neue Sonnensystem zu festigen. Da die Venus jedoch noch nicht zurückgekehrt ist und Ihr Herz noch nicht mitbestimmen kann, was Sie sich für das kommende Jahr wünschen, müssen Sie nur noch Ihre Optionen auf den Tisch legen und einen authentischen Ausgangspunkt schaffen. Es ist Venus, die Ihnen dabei hilft, diese Optionen durchzugehen und Ihre wahren Absichten und Vorsätze zu verwirklichen. Da es in Ihrem romantischen Sektor keine Planetenaktivität gibt, müssen die letzten Stunden des Mondes hier angenommen werden. Auch wenn dies ein gewöhnlicher monatlicher Besuch ist und die neue Arbeitswoche bald Ihre Aufmerksamkeit erregen wird, könnten diese romantisch aufgeladenen Mondstimmungen eine nachhaltige Wirkung haben. Der Mond wird hier sein, wenn die Sonne die Waage verlässt und ihren Geburtstagsmonat auf eine Weise beenden, die den Geist der Romantik in Zukunft auf ihr Radar bringt. Täglicher Planetenüberblick Im Laufe der Woche ist es wichtig zu beachten, dass sich Sonne und Mond auf einen himmlischen Showdown in Form eines Vollmonds vorbereiten, der ihren Einkommenssektor verfinstert. Der heutige Tag bringt jedoch eine willkommene Ruhepause, da diese Himmelskörper in perfekter Harmonie sind. Diese zufällige Abstimmung stellt eine einmalige Gelegenheit dar, im Bohaus proaktiv ein finanzielles Polster aufzubauen. Der Mond befindet sich derzeit in einem Bereich ihres Horoskops, der mit Intuition und Vorstellungskraft verbunden ist. Gleichzeitig hat die Sonne gerade ihren ersten Tag in ihrem Finanzsektor begonnen und ist eine freundschaftliche Verbindung mit Saturn eingegangen. Dieses kosmische Zusammenspiel stärkt nicht nur ihr finanzielles Selbstvertrauen, sondern regt auch ihren kreativen Finanzinstinkt an. Es ist eine Chance, ein tiefes Gefühl der Entschlossenheit zu entwickeln. In Herzensangelegenheiten strahlen sie eine Ausstrahlung der Zuneigung aus und hinterlassen ein entspanntes und gelassenes Gefühl. Ihre Fähigkeit, offen und einfühlsam mit anderen in Kontakt zu treten, ist zutiefst befriedigend. Single oder nicht, ihre innovativen Ideen haben ihnen Popularität bei ihren Freunden verschafft, die von ihrem Erfindungsreichtum fasziniert sind. Du hast viel zu tun! Allerdings ist Vorsicht geboten. Seien sie sich über unerwartete finanzielle Rückschläge im Klaren und vermeiden sie leichtfertige Ausgaben. Wenn es an der Zeit ist, ihre Rechnungen zu begleichen, wird sich eine umsichtige Verwaltung ihrer Ausgaben als unerlässlich erweisen. Es ist an der Zeit, eine Strategie der Schadensbegrenzung zu übernehmen. Um ihr Finanzschiff wieder in ruhigeres Fahrwasser zu steuern, ist Geduld der Schlüssel. Heute ist ein bedeutender Tag für ihre Finanzangelegenheiten und bietet die Gelegenheit, früher als riskant angesehene Unternehmungen auszuprobieren. Nutzen sie ihren gesunden Menschenverstand, denn auch unter günstigen Umständen stellt sich der Erfolg nicht automatisch ein. Um ihre Ziele zu erreichen, sind sorgfältige Recherche und Anstrengung erforderlich. Himmel für heute Die Präsenz des Mondes in ihrem Einkommensbereich, die mit der Ankunft der Sonne in ihrem Berufsbereich zusammenfällt, bietet eine bunte Mischung himmlischer Einflüsse. Einerseits schärft diese kosmische Ausrichtung ihren finanziellen Scharfsinn und wirft ein Licht auf die dauerhafte Unterstützung zwischen Himmelskörpern sowohl im Einkommens- als auch im Karrierebereich. Diese Unterstützung wird anhalten und ein vielversprechendes Umfeld schaffen. Herz und Geist werden den ganzen Tag über offen sein, da die Fischemondaspekte Uranus und Neptun rückläufig sind. Vielleicht möchten wir den Status quo infrage stellen und für mehr Freiheit kämpfen. Auf der anderen Seite möchten sie möglicherweise auf intellektueller und emotionaler Ebene Kontakte knüpfen, aber wenn andere nicht in der Lage sind, im Gespräch mitzuhalten, müssen sie möglicherweise nach Möglichkeiten suchen, ihren sozialen Kreis zu erweitern. Andererseits gibt es in ihrem Finanzsektor möglicherweise einen Konflikt mit Venus und Juno, der zu finanziellen Spannungen führen könnte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Venus, der Planet des Geldes, und Juno, die Königin des Engagements, in der Lage sind, diese Spannung in einen starken Motivator umzuwandeln. Dies ist der beste Zeitpunkt, um ein wenig Geld auszugeben. Gönnen Sie sich etwas Schönes, aber anstatt sich für einen einzigen extravaganten Artikel zu verausgaben, sollten Sie Ihr Geld mit Bedacht anlegen. Andere in Ihrem Umfeld geben aufrichtige Ratschläge, also zögern Sie nicht, Ihre Vorschläge zu beherzigen. Unabhängig davon, ob Sie eine kleine Anschaffung oder eine größere Investition in Betracht ziehen, zeigen die Sterne an, dass Sie davon profitieren können, auch wenn Sie etwas mehr als Ihr übliches Budget ausgeben. Angesichts all dieser finanziellen Überlegungen fühlen Sie sich möglicherweise etwas müde und brauchen etwas wohlverdiente Ruhe. Es ist vollkommen in Ordnung, die Füße für eine Weile hochzulegen und alle Verpflichtungen abzulehnen, die nicht zu Ihrer aktuellen Stimmung passen. Sie können Ihren Freunden mitteilen, dass Sie keine Lust auf Gesellschaft haben, und Sie werden es verstehen, sodass Sie die dringend benötigte Entspannung ohne anhaltende Schuldgefühle genießen können.